Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Empire Earth. Nächstes Mal versuchen wir mich noch einmal gegen die Spiele KI in dem Atomzeitaltern. Ich starte mit 20 Bürgern, Computer wieder mit 5. Ich hoffe, dass wir doch relativ schnell auch mal was hinkriegen damit. So, ich habe schon eine Art Plan, wie ich das jetzt angehen will, weil ich schätze mal, der wird wieder so kommen, wie das letzte Mal mit seinen ganzen tollen... Ja, äh... ...und seinen ganzen tollen Mörsand und Zeugs. Das ist eigentlich eine gute Quelle. Ich gehe jetzt erstmal stark auf Nahrung. Ich baue mir schon mal eine Kaserne auf. Kann mir eventuell helfen. Dass ich hier Gold gefunden habe, ist schon mal nice. Das will ich hier auch relativ schnell beharren. Auch wenn man mir sonst gesagt hat, ich soll mehr auf Holstein gehen. Ich habe es mir aber jetzt gerade schon zu einer gleiche Idee schon mal gemacht. So. Ähm, Punkte mäßig... Ich bin jetzt gerade noch mal legen, wie ich das mache. Ich könnte nochmal das Flugzeug laden. Mal gucken. Ja. Distanzangriff. Flugzeug. Ja, egal. Upschrauber, ja... Weiß ich jetzt nicht. Bomber, ja. Okay, das soll es passen, soweit. Nein, das läuft gut. Da sind noch mehr Viecher. Fertig. Gar nicht Ihnen helfen. Schützkosten. Fertig. Gut. Fertig. Unverzüglich. Hm. Gar nicht in Herford. Tatsächlich hole ich mir schnell Eisen holen. Äh, Gold holen. Wie gesagt, ich... Ich kann ihn gerade mal legen. Vor allen Dingen, ich brauche dieses Gold auf jeden Fall mehr, weil ich auch, ähm... Was weiß ich, ich baue jetzt erstmal zwei Partisanen. Weil, ähm... Einfach die... Fertig. Und ja auch die Flugabwehr damit gegelten wird, weil gemacht wird. Wird ja auch mit Gold gemacht. Ähm... Wie kann ich zu Diensten sein? So sei es. Sie werden den Tag verflucht. Fertig. Wie kann ich zu Diensten sein? Da haben wir auch nochmal Gold, okay. Kann ich helfen? Wie kann ich zu Diensten sein? So sei es. Sie werden den Tag verflucht. Kann ich helfen? Oh, ihr könnt als nächstes schon mal eine Mühle bauen. Gut. Wie kann ich zu Diensten sein? Euer Befehl? Sie werden den Tag verflucht. So sei es. Wie kann ich zu Diensten sein? Fertig. Gut. Und verzücken. Und verzücken. Wie kann ich Diensten sein? Wer seid ihr denn hier gelaufen? Ach, ihr habt hier so eine Varos weggemacht. Kann ich helfen? Euer Befehl? So sei es. Wie kann ich Diensten sein? Den Tag verflucht. Kann ich Ihnen helfen? Fertig. Gut. Wie kann ich zu Diensten sein? So, okay. Sie werden den Tag verflucht. Da haben wir nochmal Stein. So sei es. Wie kann ich zu Diensten sein? Wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich helfen? Unverzüglich. Gut. Ich wollte jetzt erst mal ein bisschen einfacher ab. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Da werden die Eisenminen. Die werden auch wichtig. Sie werden den Tag verflucht. Kann ich Ihnen helfen? Und verzücken. Fertig. Fertig. Oh, jetzt einfach hier in die Base nochmal zwei Türme, dass ich... Euer Befehl? Fertig. Gut. Ja, das ist jetzt nicht in der Base, aber... Genau, der Termin. Fertig. Wie kann ich zu Diensten sein? So sei es. Euer Befehl? Sie werden den Tag verflucht. Wie kann ich zu Diensten sein? Fertig. Unverzüglich. Euer Befehl? So sei es. Wie kann ich zu Diensten sein? Sie werden den Tag verflucht. So sei es. Kann ich Ihnen helfen? So, jetzt Daumen hängen. Gut. Und verzücken. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich helfen? Und verzücken. Gut. Da haben wir auch nochmal Eisen. Okay. Wie kann ich zu Diensten sein? Wirklich, glaube ich, jetzt erst mal wieder auf Holz. Fertig. Kann ich helfen? Kann ich Ihnen helfen? Guck mal, du kommst da gar nicht vorbei. Warte. Fertig. 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 Gut. Fertig. Fertig. Unverzüglich. Gut. Kann ich helfen? Unverzüglich. Gut. Kann ich Ihnen helfen? Unverzüglich. Kann ich helfen? Unverzüglich. Wir werden angegriffen. Da, okay. Kann ich helfen? Unverzüglich. Eure Hilfe aus Eis. Unverzüglich. Unverzüglich. Eure Hilfe aus Eis. Fertig. Unverzüglich. Unverzüglich. Ähm. Bitte Zeit für die ersten Hackenschütze. Wir werden angegriffen. Eure Hilfe aus Eis. Unverzüglich. Nichts. Wider festival ist. Wird nicht. Unverzüglich. Unverzüglich. Wir werden angegriffen. Alter. Ja, da kommen einige Maschinen. Jubis. Du hast 9 plus 2 Reichweite. Du solltest es schaffen. Achtung. Sehr schön. Die haben ein bisschen wenig. Oh Gottes Willen, Junge. Jungs, raus da. Ähm, noch eine Mühle. Das dauert lange, aber es ist noch glaube ich eine neue Kaserne. Eine Kaserne oder? Ich brauche einen Flughafen noch. Jetzt sollten nämlich die ganzen Flugzeilen kommen. Und deswegen. Geht. Kann ich mir noch was zu essen? Schönes Ding, Heavy. Ja, Sir. Ich warte. Schön. Schön. Ich warte. Ich warte. Ich warte. So. Wie kann ich zu diesem sein? Ja, Sir. Jawohl, Sir. Ich warte. Positiv. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Also das mit den Heckenschützen hat jetzt besser geklappt als ich gedacht habe. Aber jetzt wird es Zeit erstmal die Top-Wrest rauszuholen. Und jetzt muss ich auch langsam die ganzen Sachen besetzen können. Du kommst da hin. Auch mehr Eisen. Da kommt. Ja, da sind die ersten Flugzeuge. Ah, der Bomber hat gar nicht genug Reichweite. Perfekt. Kann ich helfen? Fertig. Ähm, soviel zum Thema, die haben keine Reichweite. Ähm, wo kann ich noch was bauen? Ungern, aber müsste jetzt gerade sein. Kann ich helfen? Unverzüglich. Gut. Ja, Sir. Ich warte. Sir. Jawohl, Sir. So, und ich müsste am besten gucken, dass ich relativ zeitnah auch abgehe. Ja, Sir. Fertig. Ja, Sir. Positiv. Ich warte. Sir. Jawohl, Sir. Fertig. Hier kann ich zu Diensten sein. So sei es. Sie sind. Wir werden angegriffen. Hier kann ich zu Diensten sein. Fertig. Unverzüglich. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Ja, ist okay. Warte. Danke. Wie viel brauche ich denn ums nächste Zeit? Alter, das ist 3000. 3000. Uh. Warte, wenn ich das so mache, dann könnte ich hier vielleicht nochmal ein Fels. Aufbauen. Sehr gut. Dann mache ich das hier weg. Das ist perfekt da rein. Und da kommt Panzer. Okay. Ähm. Warum mag ich nicht? Kann ich helfen? Du musst. Kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ich bin drückend. Dann baue ich das eben. м Ja. Ich war. Ich war. Ja. Ja, Sir, ich hatte nichts. Nein, hier sind wir positiv Verfahren. Ich warte. Sir, ich habe wohl. Ich habe wohl. Ja, Sir, positiv. Ich warte. Sir, ich habe wohl. Ja, Sir. Ich warte. Ja, Sir. Ich warte, wiederholen Sie Achtung, die Aufwand Ich warte, wiederholen Sie Ich warte, wiederholen Sie Ich warte, wiederholen Sie Dammit Ich warte, wiederholen Sie Das ist nicht so, Sie ich habe, nicht so, Sie Okay, perfekt, könnt wieder gehen. So, ich hab jetzt ein Paar, so ein Fall. So, ich hab jetzt ein Paar, so ein Paar. So, ich bin fast aber so weit, dass ich gleich ins nächste kommen kann. Das ist geil. Läuft gar nicht mal so schlecht. Arbeiten, Frau. Schau. Schönes Ding. Die Mörser sind ja die OPs. Schau. 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 satt sie. Tut irgendwas. Nice. Er schießt sie. Wegges. Sehr gut. So. Ich kann schon ins nächste. Das ist super. Das ist üblich. Ist das überhaupt eine schwere K.E.? Kann ich helfen? Weil nicht, dass es jetzt eine mittlere K.E. ist und ich jetzt... Fertig. Ich will das einfach machen. Hallo Arzt. Brauchen wir ein paar Mörser. Ein paar Flugzeuge. Du Junge. Braust mir einen Kanten aus. Ja. Fertig. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Sir, ihr Holzer. Kann ich helfen? Unverzüglich. Fertig. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Kann ich mir auch hier eine Panzerstation nochmal bauen. Ja, ich bin im nächsten. Ziemlich schwer Mörser. Deswegen nutzen die die so häufig. Kann man kaum abfüllen damit. Aber das läuft gut. Das baut gerade nicht. Braucht mehr Holz. Nahrung. Oh, Stein. Fertig, Sir. Sir, jawohl, Sir. Mehr Holzarbeit. Gut. Fertig, Sir. Gut. Fertig, Rollverzüglich. Kann ich helfen? Wir werden angegriffen. Fertig, Sir. Okay, ich warte. Ich warte. Fertig, Sir. Sir, jawohl, Sir. Fertig, Sir. Da kommt die nächste Armee. Jawohl, Sir. Achtung. Fertig, Sir. Sir, jawohl, Sir. Wir werden angegriffen. Alter, das ist jetzt eine Riesenarmee. Oh, Lull. Ah, nein. Mein Sniper. Wir werden angegriffen. Wir werden angeschrien. Wir werden angegriffen. Hey, oh. aber hier sind auch schon stellung halt alles roger in kabodja jetzt sind sie im nächsten den tun wir jetzt leider ein bisschen durch jetzt Langsam kann ich mich aber auch dann gucken, dass ich expandiere. Achtung, der Prophet! Jawoll! Erwartet Befehle! Ja, Sir! Euer Befehl! Lassen Sie mich nachher oben expandieren? Oder ich könnte mal gucken. Können wir hier ein paar Flieger nehmen und mit denen wir ein bisschen gehen. Gehen wir! Fertig, Sir! Positiv! Pfff! Ich warte! Fertig, Sir! Fertig, Sir! Fertig, Sir! Gehen wir! Also von da kommen die scheinbar. Okay. Erwartet Befehle! Erwartet Befehle! Wir werden angegriffen! Gehen wir! Positiv! Fertig, Sir! Gehen wir! Erwartet Befehle! Okay, ich brauche mehr Flugzeug. Wir werden angegriffen! Fertig, Sir! Das war unlucky. Wir werden angegriffen. Dammit. Riebomber. Nice. Was ist das? 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 Warum kann ich... Na klar kann ich die bevölkern Junge. Hör auf mich anzulügen. Ah, ja. Was ist das? 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 Nein! Was soll ich machen? Boah, Heiliger! Was ist das? Ja! Ich warte! Sir! Jawohl, Sir! Ja! Ja! Nein! Nein! Ach, Tür zu! Was ist das mit den Flammenwerfern? Nein! Liga! Ich warte, Sir! Ich warte, Sir! Ich warte, Sir! Jawohl, Sir! Ich warte, Sir! Sir! Jawohl, Sir! Ich warte! Sir! Jawohl, Sir! Positiv! Okay. Ich warte, Sir, jawohl, Sir. Sir, Sir, jawohl, Sir. Sir, jawohl, Sir. Ich warte, positiv. Ja, Sir. Sir, jawohl, Sir. Kann ich helfen? Unverzüglich. So, aber jetzt ist meine werten Bürger und Bürgerinnen. Die Mauern muss ich gleich reparieren. Warte, Befehle. Fertig. Gut. Warte, Sir. Fertig, Sir. Warte, Befehle. Okay. Sir, fertig, Sir. Sir, fertig, Sir. Okay. Fertig, start. Fertig, Sir. Positiv. Okay. Ich warte, Sir. Sir, jawohl, Sir. Okay, Sir. Warte, Herr, Herr, Sir. Wir werden angegriffen. Sir, Sir, jawohl, Sir. Fertig. Fertig. Kann ich helfen? Arbeiten. Ihr baut mir den schweren Geschütze. Dir kann ich sehen. Sir, es ist gut. Da sind sie aus! Ah, Mann, oh. auch wieder dahin arbeite weiter erschossen sein hilft nicht vor ich bin weit zum dingsverletzten oh 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 ich bin das Ding heavy Achtung Flak Wir werden angegriffen. Nein, ich will euch da. Danke. Boah, wie weit die Sniper schießen können, ist unglaublich. Gehen bleiben. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Jede Menge Sniper. Jungs, mach den Weg. Guck mal, überraschend von oben. Ich warte. Okay. So. Leute, auch stehen bleiben bitte. Ich will nicht, dass ihr an der Front sterbt. Wir werden angegriffen. Ach, Sir. Ich war, Sir. Wow. WM bleiben, habe ich gesagt. Ich muss jetzt gucken, dass wir das hier auf jeden Fall erschließen. Ah. Okay, Sir, 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 Sir. schon mal ein paar dorfbewohner für den expansionen aufbauen ich warte wir werden angegriffen wir werden angegriffen so ja so ist mir leid dass ich das jetzt so langsam spiele aber ich muss jetzt halt langsam gucken dass es wir werden angegriffen also die typhons haben ja so genau du guckst jetzt mal wie das aussieht von wegen wie ich das sichern kann wir werden angegriffen das ist auch eine panzerfabrik positiv gehen wir aber das ist das ist der teil der insel okay 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 das ist machbar gewartet dann kann ich mein punkt ist wieder ein bisschen nach da verschieben das ist das ist das ist das ist das ist das das kann man mit flachs und Tür ein bisschen sichern alles klärchen da sind da sind mehrere hafen dann könnte ich das von der seite sichern okay machbar 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 er hat wir werden angegriffen wir werden angegriffen wir werden angegriffen Bammst du da jetzt, der Junge? Ich weiß es nicht. Ach, pass mal. Du sollst da arbeiten, Junge. Ich nicht vor der Arbeit rücken. Okay. Okay. Ich helfe. Okay. Ich helfe. Wir werden angegriffen. Alle. Was könnte ich sagen? Wir werden angegriffen. Es wird Zeit. Den Fighter haben wir verloren. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Dammit! Das war meine Reserve. LOL! Was? Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Fertig, Sir. Positiv. Alle sind auch noch nicht ausgebaut. Scheiße. Weißer. Weißer. Weißer sagt man nicht, aber... Ihr misst halt gerade so. Fertig. Unverzüglich. Fertig, Sir. Positiv. Wir werden angegriffen. Warte Befehle. Gehen wir. Positiv. Mit. Fertig, Sir. Kann ich helfen? Gut. Kann ich helfen? Gut. Wir werden angegriffen. Fertig. Unverzüglich. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erst das ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ach Jungs, ihr kommt mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich helfen? Wir werden angegriffen. Oh oh. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Sir, jawohl Sir. Kann ich helfen? Wir werden angegriffen. Nur zu. Fertig, Sir. Warte. Ihr seid hier irgendwie glaub ich gefangen drin, ne? Kann ich helfen? Gehen wir. Fertig, Sir. Na, das war doof. Fertig. Netzdurchdacht. Fertig. Unverzüglich. So. Gut. Unverzüglich. Gut. Unverzüg. Gut. Unverzüglich. Fertig. Weißt du was, dann seid ihr hier die Verteidigungslinie, wenn was hier sein sollte, zum Beispiel der Schwerfahrt. So, die Alte kann da was machen, Luftschreitmacht ausbauen. Die nehmen ein paar Razookas mit, die können ja auch was bewirken. So, dann kann ich hier auch eine kleine, was, äh, Bodenauf-, äh, Schiffoffensive vorbereiten. Mein Gott, ist das schwer. So, dann kannst du hier auch was. Nein, Kantenhaus kriegst du auch. Kann ich Ihnen helfen? Gut. Kann ich helfen? Gut. Fertig, Sir, zum Empfehlen. Er war okay. Fertig, Sir. Man kommt da her? Wir werden angegriffen. Willst du mich verarschen? Ja, guck mal. Siehste, ich habe noch nicht mal ganz abgeholt. War natürlich mein Plan, ne? So, Luftschreitmacht, Kräfte ausbauen. Und dann kann ich mich bald schon auf eine Bodenoffensive Richtung da machen, beziehungsweise die hier klären, darf es dahin gehen machen und dann geht es langsam, langsam, langsam zu auch dem Kollegen. So. Kann ich helfen? Unverzüglich. Kann ich Ihnen helfen? Zwei Tüme wollte ich noch machen. Einen dahin, einen dahin. Gut. Und meine Helfen. Unverzüglich. Gut. Helfen. Unverzüglich. Kann ich helfen? Du baust mir meine U-Boot-Bataillon, äh, U-Boot-Situationen auf. Gut. Trampenhaus, Helfen. Fertig. Erwarten Befehl. Fertig. Fertig. Okay. Jetzt fahr ich erst mal. Kann ich Ihnen helfen? Fertig. Kann ich Ihnen helfen? Gut. Fertig. Unverzüglich. Fertig. Boa eng. Ah. Mal. So, dann stoppe ich da mit, da kommt noch einer hin, da kommt noch was hin. Fertig, Sir. So, ich würde einmal speichern, auch wenn das jetzt gerade schon gespeichert hat. Äh, oder? So. Das wäre, hey. Wollte ich vielleicht mal nicht in Caps schreiben. Ich würde auch einmal kurz, ähm, einmal nach der Aufgabe gucken. Deswegen einmal Verzeihung. So. 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 So.